Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Säure-Base-Definitionen. Der Film gehört zum Thema Säuren und Basen. Als Vorkenntnisse solltet ihr die Videos über Salzbildung gesehen haben. Ziel des Filmes ist es, euch grundlegende Vorstellungen über Säuren und Basen zu vermitteln. Der Film ist in vier Abschnitte untergliedert. Erstens Dissoziation, zweitens Brönnstatt-Definition, drittens Protolyse und viertens Holzverbrennung. Erstens Dissoziation. Säuren und Basen ergeben zusammen mit Wasser wässrige Lösungen. Diese wässrigen Lösungen leiten den elektrischen Strom. Folglich müssen sie Ladungsträger enthalten. Diese Ladungsträger sind geladene Teilchen, Ionen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.